Der Richter sagt zum Angeklagten, die wollen doch nicht behaupten, dass das eure Brieftasche ist. Weil der Dessa gemeint, die Brieftaschen sind mir nicht ganz sicher, aber die Zähnenloten ist mir unheimlich bekannt vorkommen. Für mehr Lebensqualität, Villa, Gase, Eure Vermarkter von Wohneigentum und wir wünschen euch ein ganz schönes Wochenende.